Hallo YouTube was geht ab zu einer weiteren Runde Rocket League zur mittlerweile zweiten Folge heute wieder mal mit Doppel aber diesmal in Ranked da sind wir auch direkt in der Runde auf Neo Tokyo mit noch keine Maid und der Gegner ist mit Le plus Nudel so dass ich glaube es Französisch Season 1 Gold Turniersieger klingt jetzt nicht so krass der Gegner ist Season 2 Gold Turniersieger ich bin auch ganz schön abgestiegen als ich mit meinem Freund Doppel gespielt habe ich habe wieder nichts gebracht mich in den Block reinzustellen wäre er nur zerstört worden komm Maid dachte ich mir schon oh ho 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 ja der war gut ich habe sogar meinen Maid mit aufplayt damit ich ein Tor machen konnte zack an beiden vorbei ach ähm ich mache das immer ich wollte Dankeschreiben weil ich so schnell klicken will das war dein Schuss oh scheiße Maid Maid was 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 warum hab ich den nicht getatscht ach schade was warum hab ich mich hä wie soll hab ich mich so komisch gedreht oh der Block war scheiße oh der Maid hat den zugekappt glaube ich sorry Maid er hat ihn und der Maid sagt ach nö Digger ja was soll man machen da fehlt halt der Follow jetzt komm ja und dann ist halt auch schon alter der ist doch kein Goldspieler das ist ein Bronzespieler sorry aber ist einfach true guck dir das mal an wo springt der hin auch gerade er spielt den Ball bisschen nach vorne und springt komplett dann dran vorbei und dann haut doch wieder sowas raus der jetzt verstehe ich nicht und dann wieder sowas das hat so wieder seinen eigenen guten Moment ja so einen guten Ball hochgespielt schön ja mitgetatscht und dann zack da wieder genau wie da also ich weiß nicht wie der Ball da reingesprungen ist aber da sind wir schon direkt in der Runde mit keine Maid sondern mit einem Bot und der Bot darf Anstoß haben das kann ja was werden ich glaube ich stay also save war klar oh mein Bot geht doch weiter an er ist aggressiver als die letzten 5 Mains gefühlt die ich hatte in Ranked ja ich block den Ball und werde zerstört oh ja Karl komm komm Karl noch nicht ui wa ne also das ist einfach das ist einfach nicht wahr ich starte ich suche Ranked ja ich suche Ranked und kriege keinen Teammate es sind eine Minute gespielt und ich habe immer noch keinen Teammate und ich ohne Wust ja der Shot das war so klar ja es ist einfach ein Witz Karl trifft ein von sechs Bällen ein Stellungsspiel wäre der Typ auch nicht geil soll man auch erwarten das ist ein Bot ja das ist ein Tor jetzt ja genau jetzt macht der jetzt macht der macht den Dings warte mal Karl ist kein Bot ich dachte Karl wäre ein Bot weil Karl so ein Bot Name ist weil jo aber Karl spielt wie ein Bot er hat zwar mehr Punkte als ich aber der trifft auch nichts ja Digga es ist einfach ein Witz Digga im Grunde hat er auch mehr Punkte als ich kann sich auch wieder keiner klären weil ja weil er hat halt Touchless gemacht aber die Touchless waren so scheiße dass sie auch überhaupt nichts gemacht haben und jetzt wo ich mich beschwert habe fängt er an Vorlagen zu machen hat er jetzt grad meinen Maid zerstört ach Junge hör doch auf Digga es steht 2 zu 4 für euch alter wir haben die letzten zwei Tore in der letzten halben Minute gemacht oh mein er zerstört noch weißt du weil da sieht man wieder Toxic ja Digga ich verliere dieses Game schon wieder ich spiele Gold 3 und verliere ey Junge das kannst du nicht ausdenken dann sind wir schon in der nächsten Runde hoffentlich diesmal nicht mit so einem Bot Beitritt läuft Best Gamer Gegner Dennis CC 12 ok Mal gucken was der kann vielleicht zacklich nicht mehr ganz so hat das wäre wirklich schön oh na toll weil ich dachte er geht dran und hat ihn hab ich so lange gewartet dass ich den Ball nicht treff was macht der warum steht der auf einmal auf kein Tor ey und ich bin nicht vorgefahren weil ich dachte er hat der safe und dann stellt er sich auf kein Tor geil Nein ich hasse mich also wie kann man wie also wie kann man so sagen er geht nicht oh geht er also wie hab ich den das Goal wieder nicht gemacht das war ein 100% Goal und ich treff wieder nicht wie schlecht ja wo ich Gold 3 bin alter ich spiel auch seltenst Rank und wenn ich Rank spiele ich spiele ich mit meinem Freund und mein Freund zackt immer und der sagt nie was der spielt der sucht einfach Rank und ich seh das erst gar nicht ich glaub das wird immer neuer ähm Mate hab ich gar nicht so sehen da hab ich Tor gemacht natürlich sehr nice ok gefährlicher Ball keine Ahnung wo der andere Gegner war hä ist er gequittet er ist wirklich gequittet oh mein Gott nach einem 2-0 quittet er obwohl er sich hat ausplay ich glaub der andere hat sich sogar outplayen lassen boom mate wie bad oh mein Gott der mate ist ein Wichser er ist doch ein Wichser holy shit willkommen ffbro ich kann das ganz besser aufgeben gibt's nur Rage egal wie ein Mate du noch bekommst wirklich besser ok er ist einfach AFK lol äh F F nicht mal forfeit bro ich hör nichts gegen dich aber allein hast du halt auch keine Chance ah da ist er raus ja wenigstens ein Win hier kann ja nicht sein dann haben wir direkt schon wieder im nächsten Game auf Wasteland gegen Esselig ne 100 keine Ahnung irgendwas was sensiert ist und off und spielen mit ihren BX 27 was ist das für ein Name the hell nice Input Delay oder what the fuck ich weiß einfach nicht was mit einem Kabel in Ordnung ist muss ich mal dann losnehmen ne ich so ausnochen sollte ich das vielleicht tun ach der what the hell was der hat diesen Winkel noch gekriegt nein da ist das Goal ich wollte ihn so hart zerstören er wird mich auch planen das war so klar ich habe halt keinen boost der Mate oh wie ah der ja wie ist er denn lol try hard oh wie knapp wie knapp aber war ein sehr nicer Pass ach fuck Winnie kriegt da nie Druck hinter uff oh der kommt gut aber er hat ihn ja das ist aber auch das ist aber auch einfach scheiße Digga ja also ich weiß doch nicht ja ich hab jetzt auch gesagt Digga es ist aber auch einfach wieder es ist aber guck und er geht zwei Minuten los ich hab den Ball in der Mitte der Gegner fällt weg mein Mate stellt sich ins Tor rein Doppelbump ich hab die nicht ich hab die nicht nicer Pass oh Gott was dreht der nicht das kann nicht sein ich hätte ihn schon und er fällt Verlust chillig finde ich immer gut wenn Lockklick das sagt auch wenn das keinen Sinn macht ja fahr doch dran Maid worauf wartet er denn ich muss wieder Plati werden Das ist also Die spielen so komisch Mate, vor's Tor, komm Bitte Vielleicht jetzt was Death-mäßig Mate, willst du den Ball etwa Einen Meter vor unser Tor spielen, während die Gegner Einen Meter neben uns stehen? Ja, das ist eine gute Idee Und wieder out of Boost Alter, der schafft es nicht Mal da ein Tor zu machen Alter Schwede Ist der schlecht Wäre ich ja niemals mehr dran gekommen Mate, Mate, Mate Ja Nice Wie sicher ich gegangen bin Nein, nein Ja Scheiße Ich hab mich so leicht, alter Schwede Ich will im Boden versinken Ich bin, ich kann das nicht So dumm im Tor rumstehen Weil ich stehe dann immer scheiße Wieder Fahr ein bisschen vor Er lässt mich sofort outplayen Alter Ey, natürlich Natürlich Der Mate stellt sich neben mich ins Tor Weil er da auch so viel Deffen kann Was ich nicht Deffen könnte Also ich suck gerade so hart Das gibt's nicht Doch weil ich einfach ein scheiß Tor will Nein Ich block den Mate Es tut mir so leid Ja, und ich block den Mate noch ein drittes Mal Weil ich dann von den Gegnern auch noch gebammt werde Ich Ich verliere wieder Ich verliere wieder Das ist Es ist jetzt ein Hin und Her Liga 3, Liga 4 Liga 3, Liga 4 Liga 3, Liga 4 Nein Einfach Party in 1, Mann Was ist das für Ich suck Der Mate zackt Und die kriegen Lack Die haben einfach Lack Geil Nein 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 Allein guck dir Wie die diesen Ball gerettet haben Das war doch nicht gewollt so Die sind einfach beide irgendwie dumm an den Ball gesprungen Sodass er ja durch ne Pinch Ne 1 kmh Pinch dazu Perfekt rausspringt Ich hab kein Boost mehr, Digger Du kannst mich schön outplayen Oder sowas Wo man du willst Loll ist auf K gegangen Hilft mir trotzdem nicht Weil der scheiß Gegner wieder so random Touches macht Der Mate mich bumpt Ich den Mate bumpe Ach, come on, Digger Das ist so dreckiges Spielen In dieser Liga-Stufe, Digger Ja, ich hab den Ball natürlich nicht getroffen Weil der Ball einfach schneller als ich Guck dir das an Die machen ein Eigentor Der hat den Ball zurückgespielt Der hat den Ball gegen Dann ist der Ball gegen die Wand gedotzt Ich hab versucht, ihn zu treffen Aber ich hab ihn sogar getroffen Minimal 14 Ja, und er cleart ihn wieder raus Und das war's einfach Juhu, Digger Ja, und wieder Guck dir diese scheiß Touches an Aber es reicht einfach Es reicht einfach Und es reicht wieder Dass ich wieder Eine Liga absteige Und dann krieg ich Randoms Die sind Gold 3 Und spielen wie Scheiße Nochmal Silber 1 oder schlechter Ja, lasst ein Gerne ein Abo da Wenn ihr weiteren Trash-Content Von Rocket League sehen wollt Schaut euch gerne Die anderen Videos an Letzte Woche ist ja Ein paar Folgen von Koto-Anhänge gekommen Die waren besser Da bin ich auch besser Und dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video In dem ich hoffentlich mal Besser Spiele Bis zum nächsten Mal